Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage und seid wohlauf. Heute habe ich keinen Montagswitz für euch, sondern eine kleine Ankündigung zu machen. Der Montagswitz wird bis 9. Jänner 2017 pausieren. Und danach kommt er in neuer Frische zurück. Es wird nämlich nicht mehr nur Behindertenwitze geben. Das heißt für euch, schickt mir eure Lieblingswitze und ich werde sie dann als Montagswitz bringen. Wenn ihr mir hier in die Kommentare schreibt, oder auf Facebook oder Instagram, wo auch immer ihr mich findet, schickt mir eure Witze und ihr werdet sie 2017 als Montagswitze hören. Bis dahin einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns beim Montagswitz wieder.